Den Rest des November mache ich dann eine kleine Videopause. Ob es Streams geben wird, weiß ich noch nicht ganz genau, das entscheide ich spontan. Aber im Dezember geht es dann wieder voll los. Hier schon mal ein kleiner Trailer, was uns dann erwartet. Wir begrüßen alle in Duisburg zugestiegenden Fahrgäste im Intercity, 2255 nach Berlin, Ostbahnhof. Untertitelung des ZDF für funk, 2017